Guten Tag, ich bin Dr. Rainer Titel, ich bin plastischer Chirurg und ich würde mich freuen, Sie in meiner Praxis begrüßen zu können. Etwas zu meinem Werdegang. Ich habe eine breite chirurgische Ausbildung genossen. Zunächst die Ausbildung zum Allgemeinchirurgen, dann die Ausbildung zum Unfallchirurgen und schließlich die Ausbildung zum plastischen Chirurgen. Für diese breite chirurgische Ausbildung bin ich sehr dankbar, da ich gelernt habe, mit den verschiedenen Geweben umzugehen, Komplikationen zu beherrschen und auch einmal eine schwierige Situation zu einem guten Ende zu bringen. Bei all diesen ästhetischen Eingriffen steht Ihre Sicherheit natürlich an erster Stelle. Wie erreichen wir das? Einmal, indem der OP den höchsten technischen Anforderungen entspricht, ich mit einem eingespielten Team arbeite und mich regelmäßig auf Kongressen und auch Hospitationen im In- und Ausland fortbilde. Nun würde ich mich freuen, Sie in meiner Praxis begrüßen zu können, Ihnen alle Fragen zu beantworten und Ihr Vertrauen gewinnen zu können.